Der Sommer wird wieder heiss, die Promigriller sind zurück, es geht wieder um die... Hey, meine Wurst! Oh mein Gott, du hast das gemacht! Ich habe keine Ahnung, was ich mache eigentlich. Ich bin ein Model, ich bin dumm. Einen Fisch? Nein, ich will den nicht anlegen. Ich will sterben. Wer gewinnt die Goldene Servala? Die Promigriller, ab dem 13. Juni um 19.55 Uhr in Sat.1 Schweiz. Diese Sendung wird präsentiert von Bell mit dem Barbecue-Sortiment für Macher.